10 Jahre alter Lebtop, Teil 2. Es wird schlimmer. Hoffentlich geht er noch an. Batteriefast. Scheiße. Es fängt super an. Was ist denn das hier? Falls ihr euch fragt, wie meine Mama diesen wunderschönen Pony geschnitten hat, hat sie einfach einen Topf genommen und abgeschnitten. Ich hab kein gutes Gefühl, ne? Hämmchenklein und seine Freunde. Freunde. Habe ich das eher so? Nachbar! Du meine Güte. Mein Bruder hat immer Spiele am Computer gespielt. Ich war mehr so ein iPad-Kind. Ich bin richtig gut in Flappig. Nochmal. Essen im Urlaub schmeckt einfach besser. Aber was ist denn das hier? Ja, aber das reicht mir noch wieder. Ciao, Kaka.